Ein sonniger Tag auf dem Wasser. Was könnte da als Sponsor für das heutige Video wohl besser passen als World of Warships, yo! World of Warships ist ein taktisches Multiplayer-Game, bei dem ihr entweder auf dem Wasser mit Schiffen oder auch unter dem Wasser als U-Boot agieren könnt. Während ihr also durch das Gewässer navigiert, könnt ihr euer Schiff frei nach eurem persönlichen Belieben anpassen. Es gibt mehr als 500 unter anderem historische Schiffe von elf verschiedenen Nationen, welche sich in vier verschiedene Klassen aufteilen. Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Außerdem könnt ihr World of Warships nicht nur am PC, sondern auch auf eurer Konsole zocken. Registriert euch, natürlich nur falls ihr Bock habt und mich unterstützen wollt, unter dem Link ganz oben in der Videobeschreibung und sichert euch dadurch ein Special Package im Wert von 25 Euro. Unter anderem könnt ihr noch folgende Dinge erhalten, wenn ihr euch über meinen Link registriert. 500 Dublonen, 7 Tage Premium, 2 Millionen Credits, ein Tier 4 Schiff und 6 Commander Skill Points. Diese Dinge erhaltet ihr allerdings nur, wenn ihr euch das erste Mal über meinen Link registriert habt. Falls ich also hiermit eure Neugier geweckt habe und ihr World of Warships gerne austesten würdet und mich natürlich nebenbei, wie schon erwähnt, ein wenig unterstützen wollt, dann holt euch World of Warships jetzt über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal an World of Warships fürs Sponsoren dieses Videos und jetzt viel Spaß mit dem Video. Entschuldigung, was war das da gerade? Was habe ich da gerade gesehen? Hallo? Ja, hallo. Ja, was war das da gerade? Was habe ich da gerade gesehen? Hat der Herr gerade gesagt, der ist im Supp? Ja, ich glaube schon, ja doch. In der Suppe? Ja, Suppe. Seit wann darf man das so äußern? Experiamus. Nicht mit mir, nicht auf dieser Insel. Ah, sch***e, bin ich cringe. Wah. So, was machen wir denn als Harry Potter heute als erstes? Oh, oha. Der war zu schnell. Das hast du davon. What the hell? Hey, 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 hey. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Bitte, bitte, bitte. Hände hoch. Komm her. Komm zu mir, komm zu mir. Hey, warte, warte. Komm zu mir. Letzte Chance. Oh, warte, das muss ich wiederholen. Oh, zeig dich. Na los, komm raus. Komm raus oder ich komm zu dir. Hände hoch. Komm her jetzt. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Willst du das wirklich? Sicher, dass du das willst? Verdammt, er ist schneller als mein Besen. Dieses Besenmodell kommt zurück in den Müll. Dieser Besen ist gar nicht mal so einfach zu kontrollieren, ja? Vor allem nicht mit dem Boost-Knopf. Junge, Junge, ey. Was zur Hölle macht die Polizei hier? Was ist deren Mission? Was machen die da? Die wollen schießen, hä? Geil. Das ist Harry Potter. Harry Potter. Ah! Hey, 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 hey. Oha. Harry Potter, bitte einmal rechts ranfliegen. Äh, fliegen sie sofort runter, bitte. Das ist ihre letzte Chance, sofort nach unten zu fliegen. Letzte Chance. Aua. Letzte Chance. Sofort nach unten fliegen. Ja, okay. Hey, Harry. Was machen sie hier? Ey, oha. Der will mich einfach tasern, ja? Ich warn sie. Ich warn sie. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Hey, hey, hey. Da wollte mich tasern, der Officer. Oha. Ach so, warte. Ich wollte ja eigentlich fragen, was die hier machen. Äh, hallo? Meine Frage, was machen sie eigentlich hier? Was ist, was ist ihr Job? Was, worauf warten sie? Wir bilden die Rekruten aus. Ach, sie bilden die Rekruten aus. Was machen sie hier? Bro. Ja, wir alle mit dem Herzen sind Rekruten. Harry Potter. Sag mal, seid ihr irgendwie dumm? Was soll das? Warum tasern? Ich mach jetzt Besen-VDM mit euch. Besen-VDM. Was habt ihr davon? Hauptsache tasern, oder was? Hauptsache tasern, ja? Erstmal taser rausholen. Super gemacht. War wirklich eine super Idee. Super Idee. Erstmal tasern, anstatt zu reden. Hm. Ja, genau. Oh, sind die schlau, Alter. Oh. Ich glaub, mein Besen hat's gerade zerfetzt. Der ist... Ne, der Besen ist kaputt. Da müssen wir uns ganz klar einen neuen Besen holen. Weißt du, wenn es eine Sache auf dieser Erde gibt, die ich absolut nicht leiden kann, ist, wenn du mit irgendwelchen Officern normal reden möchtest. Und das sind dann solche Gambo-Cops, ne? Das sind solche Gambo-Officer. Die wollen nicht reden. Die zücken sofort Waffe, sofort Taser. Du wechselst kein Wort mit denen oder du sagst irgendeinen Satz und direkt bam, 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 Taser auf dich drauf. Ich find das schlimm. Wirklich. Und genau aus diesem Grund werde ich diese Übung heute sabotieren. Könnt ihr euch aber drauf verlassen. Ich glaube, als allererstes werde ich die mit ein paar, ähm, Verbrennungszaubern zuschmeißen. Und zwar von hier oben. So, kann ich hier durchschießen? Ne, hier ist schlecht. Aber ich glaub, von hier oben kann ich runterschießen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist perfekt. Egal, wie sehr sie es versuchen, ich werde geschützt von der Zauberkraft meiner Eltern. Meiner verstorbenen Eltern. Sie können mir absolut nichts anhaben. Ja, genau. Lieber abhauen hier. Ist doch besser so. Ich nehm jetzt meinen Nimbus 2000 und fliege hinterher. Entschuldigung, wo sind die Rekruten hin? Wo sind die hingefahren? Harry, Harry, die machen eine Ausbildung. Könntest du dir in Ruhe lassen? Was ist das, Harry? Könntest du nicht die Kriminellen lieber ärgern? Ja, natürlich. Aber ich wollte einmal einen Rekruten mitnehmen. Wo sind die? Du kannst uns helfen. Du kannst uns helfen. Wo sind die? Sag ich ihnen nicht. Sag mir, wo die sind. Sag mir, wo sie sind. Sofort. Oh. Welchen Zauberspruch benutzt du ich? Ich weiß nicht, wo die sind. Ah, war der Kid da. War sofort. Na los. War der, dann kommst du nach Raskaban. Das weißt du, oder? Ey, 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 ey. Na los, verrat mir sofort, wo die Schüler sind. Müsste ich ganz kurz auf den GPS gucken, einen Moment. Sonst schiebe ich dir diesen Zauberstab in deinen Arten. Ja, die sind oben, die sind oben in Palito und Misty. Palito? Misty, ja. Wenn die nicht da sind, komm ich wieder, ja? Ja, okay. Ich bin aber schon lange weg. Ich find dich. Die sind oben im Misty. Ja, ja, alles gut. Die sind oben im Misty. Die sind oben im Misty. Machen dann eine Ausbildung, irgendwas mit Booten oder sowas. Kack. Was? Na los. Verrat mir sofort, wo die Schüler sind. Äh, ich, ich kann's nicht sagen. Sonst schiebe ich dir meinen Besen in deinen Arten. Ich kann's wirklich nicht sagen. Na los, sag jetzt. Ich kann's wirklich nicht sagen. Sag jetzt. Komm mit, komm mit, schnell, Julian. Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Steig ein, steig, 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 steig. Die, um im Misty. Das ist eine Lüge, ich weiß es. Die Lügen, die Lügen. Mein Besen ist gleich schon wieder kaputt. Nein. Ich brauche einen neuen Besen. Was zur Hölle war das? Das war mein alter Besen. Der ist über meinen alten Besen gefahren, hä? Sind die vielleicht hier auf der Markierung? Nö, sind sie nicht. Junge, ich fahre jetzt nach... Harry. Was ist? Allgemeine Besenkontrolle, bitte rechts anfliegen. Ja, okay. Ich sag, da würde ich einmal gerne Ihren Besenschein sehen. Seit wann gibt's einen Besenschein? Ich könnte doch nicht das Ding ohne irgendwelche Vorkenntnisse fliegen, oder nicht? Ja, natürlich. Ich hab in Hogwarts gelernt. Man macht zwei Flugstunden und dann kann man fliegen. Könnten Sie nicht irgendwas mit den Rekruten machen? Sie wollten doch in das Ziel fliegen, oder nicht? Ja, wo sind die? Wie auch der noch, immer noch im Misty. Das glaube ich ihnen nicht. Voldemort ist wieder da. Hallo, Voldemort. Nein, nicht ich, ey. Ich fliege also jetzt nach Palito Bay, ja? Und wehe, die sind nicht da. Wenn die nicht in Palito Bay sind, dann finde ich diese Officer. Ich werde sie finden und ich werde sie den Rest des Tages knechten. Das macht nämlich so auch gar keinen Sinn. Warum sollten die zuerst sagen, na, können wir denen nicht sagen, sorry, geht nicht. Und dann plötzlich, ah ja, doch, die sind in Palito Bay. Näh, glaube ich nicht. Später. Ach so, Palito ist leer. Mensch, wer hätt's gedacht. Zurück in die Stadt. Und jetzt werde ich weiterhin das PD terrorisieren, weil sie mich angelogen haben. erneut. Und schon wieder raucht mein Besen. Bruh, was stimmt denn nicht mit dem? Warum verliert denn mein Besen die ganze Zeit an HP irgendwie? Der geht ja dauerhaft kaputt. Da steht einer. Da steht einer auf dem Parkplatz. Ich habe ihn genau gesehen. Den werde ich jetzt mitnehmen. Selber schuld. Ich würde ihn wieder runterlassen. Nee, sorry. Hast du ein Funkgerät dabei? Ja. Dann kannst du bitte durchfunken. Und was? Die Kollegen, die den Harry Potter zum Palito geschickt haben, sind jetzt schuld daran, dass das PD geschlossen wird. Bestraft wird. Bestraft wird. Ich wusste gar nicht, dass ich auch vom Besen falle, wenn ich sie loslasse. Das ist gut zu wissen. Ich muss mir da auf jeden Fall was Besseres einfallen lassen fürs nächste Mal. Alles klar. Ja, genau. Das glaubt dir eh keiner, wenn du es jemandem sagst. Was? Ja, super. Mein Besen ist kaputt. Nein, der ist kaputt. Warte, kann man den mit dem Auto wieder reparieren? Weg von meinem Besen. Weg da. Wir reparieren das Ding. Da läuft Benzin aus. Genau, mein Besen läuft nämlich eigentlich mit Benzin. Oh Gott, wir bringen ihn. Scheint ja gut zu laufen mit der Reparatur des Besens. Ah, guck mal, hier ist ein neuer Besen. Vielleicht könnt ihr den ja reparieren. Hallo. Harry Potter ist auf einem neuen Besen. Nee. Sorry, geht nicht. Besen ist aus. Wann realisieren sie endlich, dass sie mich nicht töten können? Sag mal, wollt ihr alle Besen haben oder so? Ja, gib mir mal ein. Ja, gib mir mal ein. Ich gebe euch ganz viele Besen. Hier. Ach nee, sorry. War nun Prank. Das habt ihr davon. Das habt ihr davon. Nächstes Mal verarscht ihr mich nicht mit Palito Bay. Nicht nochmal, ja? Junge, das ist so ein Fiebertraum. Harry Potter mit einer Langwaffe und einer RPG. Ey, Mann. Mit allein den Waffen wirst du geschlagen. Cisco. Wie gefällt dir das? Wie, was ist das? Wie sieht das denn aus? Harry Potter mit Langwaffe und mit einer RPG. Hallo. Erwischt. Ja, da oben. Da ist ein Heli. Da ist ein Polizeiheli. Wo ist er hin? Das war aber doof. Hat sich schlafen gelegt, der Argon. Da oben ist ein Helikopter gelandet. Da müssen wir auch hin. Hallo. Habt ihr mich vermisst? Nein, warten Sie. Nein, 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 nein. Ich gebe mich. Ich gebe mich. Hände hoch. Ja. Hast du ein Funkgerät? Ja. Was wollen Sie denn? Ich hätte da eine Idee. Ausziehen. Okay. Auch Hose? Auch Hose. Ja? Tanzen Sie. Was denn? Hey, weg da. Weg. Tanzen Sie. Was denn? Wie was denn? Tanzen? Anders tanzen. Striptease. Nee, bitte nicht. Wo hat der auf einmal noch einen Besen her, verdammt? Woher hat der schon wieder einen Besen? Die reparieren den die ganze Zeit. Guck mal, die reparieren den Besen. Deswegen haben die jetzt beide einen. Die haben meine kaputten Besen repariert. Drei. Zwei. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Hey, hey, hey. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Habe ich meinen Kollegen unterstützt? Runter hier. Ja, ja, ja. Ich gehe runter. Sie sind schwer vom Begriff. Es tut mir leid. Ah, was haben wir denn da? Ja, ich glaube, das PD hat erstmal genug gelitten. Hier ist noch einer. Ich bin ein größer Fan. Oh Gott. Was? Nee, nein, nein, nein. Mitkommen. Nein. Hey. Aua. Ja, dann machen wir halt einen schnellen Tausch. Polizeiauto gegen Besen, ne? Ach, hallo, Herr Winkler, ja. Wer sind Sie? Ich bin Jerome. Wer ist Jerome? Jerome, ich bin hier im PD-01. Der höchste PD-ler, oder was? Ja, ja. Ja, das ist schön. Ja, ja. Wo fahren wir hin? Weiß ich nicht. Sagen Sie es mir. Ach, ja, okay. Ich kann es mir denken. Mitkommen. Alles klar. Bedroh mich doch mit einem Zauberstab. So. Oh, okay, okay, ja, gut. Nach hinten, los. Na gut, ich gehe mal nach hinten. Schneller. Ja, ja. Safe aufknacken. Safe aufknacken. Na los. Hier ist gar kein Safe. Warum ist hier kein Safe? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist hier ein Safe. Ja, ja, hier ist normalerweise ein Safe. Nun denn, dann fahren wir zu einem anderen. Ein paar Sekunden später. Hier ist ein Safe, perfekt. Ach, sehr gut, okay. Knacken. Ja, hier kann man nichts machen. Ja, okay. Dann wohl leider kein Überfall heute. Was hat es eigentlich heute auf sich mit den ganzen Fahrzeugen? Warum gehen die alle kaputt? Guck mal, der ist fast kaputt. Ja, der geht sowieso so schnell kaputt. Dein Besen auch ist dauerhaft, ne? Ja, der geht die ganze Zeit kaputt. Ich muss mir einen neuen Besen holen. Und dann fliegen die Polizisten auf einmal mit einem Besen rum. Weil die den klauen und reparieren. Wei, oh wei. Ah, hier. Der könnte gehen. Knacken. Ja, ein Rob wurde gemeldet. Perfekt. Toll. Beeilung. Aha, haben wir einen Schluss? Oh mein Gott. Ich mache keinen Spaß. Es ging nicht. Es ging nicht. Ich muss es nochmal machen. Ich kann es nicht nochmal machen. Kannst du überhaupt was? Doch, es geht weiter, Mann. Es geht weiter, es geht weiter. Die fahren alle so ein, ja, keine Ahnung. Die haben irgendwie gerade so einen Schlussfolger gegen irgendeine Fraktion. Ach so, es kann natürlich auch sein, dass die alle nicht anfahren können, weil die alle tot sind. Ja, die funken alle. Kannst abbrechen. Wenn die Polizei nicht zu uns kommt, dann kommen wir zur Polizei. Der ist kaputt. Der ist einfach kaputt, Mann. Oh nein. Nehmen wir den. Warte mal, ich gucke mal, wo die sind. Also ich sehe vier Positionen geteilt auf der Karte. Wo? Ja. Wo? Wo? Welcher? Ah, da oben sind drei. Oh, da sind drei. Ja, ja. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ah, perfekt. Fliegt das Ding auch schneller, oder? Ne, das ist halt nicht das Top-Modell von Besen, ne? Mein Ziehvater hat mir leider nicht mehr Geld gegeben. Also dieser Besen hat eine bestimmte Eigenschaft. Der ist sehr schwer und sehr stark. Der ist halt sehr massereich, ne, wenn du verstehst. Ja, ja. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und der Helikopter ist sehr massearm. Na gut, ich verstehe, worauf du ihn aussiehst. Der ist schon wieder fast kaputt. Ein Stoß überlebt er. Oh Gott. Ah, verdammt. Ach, nein. Oh, verfehlt. Hallo Frau Harrison. Au. Oh. Ah. Oha. Oh Gott. Oh, der Besen ist kaputt. Wir brauchen einen neuen. Deswegen kamen sie nicht zum Raub. Hallo. Curry, Curry. Oh. Das ist ja Mobbing. Ja. Alles gut? Ah, Scheiße. Oh, nein. Sie haben dich umgebracht. Hallo. Entschuldigung. Hör doch auf, bitte. Du kannst jedes Mal stören, aber wir haben gerade 11.99. Machen sie was Wichtiges? Was genau? Wir schießen gegen... Oh, war der Helikopter wichtig? Ja. Ähm, war der Helikopter wichtig? Hallo. Ich bin stärker als sie. Ach, hallo. Hier ist ja noch ein Helikopter. Mensch. Das ist aber schön. Brauchen sie den noch? Äh, wenn du mich mit runter nimmst, nicht. Nein, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Gerade? Damit kann man nicht. Nein. Okay. Er wollte es. Er wollte es so. Ach, Mann, ey. Er wollte es so. Er wollte es doch so. Tja, da machen wir jetzt Action. Ja, ich glaube, das reicht erstmal, oder? Können wir den neuen Polizeiheli spawnen? Warte. Gerade mal erkundigen, ob das geht. Zwölf Sekunden später. Nee, Polizeiheli spawnen geht, glaube ich, nicht so easy. Aber dafür geht was anderes. Wir können nämlich eigentlich die Berufung wechseln als Harry Potter. Hallo, ich bin Harry Potter. Ich bin jetzt Rennfahrer geworden. Alter, was ist das? Was kann ich denn noch so spawnen? Warte, das muss ich echt mal kurz überprüfen. Was ich überhaupt alles spawnen kann. Oh Gott. Man hat mir hier ein Tool in die Finger gelegt, was man mir hätte nicht in die Finger legen sollen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Noch ein Stück tiefer. Noch ein Stück tiefer. Noch ein Stück tiefer. Oh nein. Oh nein. Mit Lenkraketen, Junge. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die haben mir einfach mein Jet despawned. Ey. Das ist unfair. Oh. Abstand, Abstand, Abstand. Ja, okay, okay, okay. Abstand. Verdammt. Abstand, Abstand. Abstand. Gehen Sie zu den Gleisen. Gehen Sie zu den Gleisen. Gehen Sie zu den Gleisen. Gut, Harry Potter. Ja, 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 ja. Ja, 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 was ist das? Sie kommen mit. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was auf meine Augen. Warum? Gegen die schießen wir gerade. Ach so. Ja, okay. Dann bin ich ja wirklich noch ein kleines Problem, ne? Eigentlich ja. Pass auf, ich nehme dich jetzt mit, ja? Was machen Sie jetzt mit mir? Ich würde gerne was austesten. Ich brauche Sie als Testperson. Der Flug könnte ein bisschen dauern. Wir müssen zum LS Airport. Was haben Sie denn da vor? Hat man das nicht gerade schon gesehen? Irgendwann später. Können Sie einsteigen und die Waffen nutzen? Geht das? Oh, warte, guck. Einsteigen bitte, einsteigen. Einmal einsteigen, einsteigen. Sie sind heute eine Geisel. Sie müssen für mich arbeiten. Was haben Sie gesagt? Ja, ihr seid beides meine Gefangenen. Ihr müsst für mich arbeiten. Das ist jetzt Zwangsarbeit. Ihr könnt beide die Kanonen steuern. Wir werden das PD jetzt ein bisschen massakrieren, ja? Ich werde es sogar kündigt. Nein, nein. Wir sind jetzt gleich beim PD. Okay, Feuer, Feuer. Mach kaputt. Da kommt ein Besen. Da ist ein Besen. Schieß den runter. Auf den Besen. Ich treffe ihn. Ja. Jawohl. Wo ist denn gerade das PD? Wo sind denn die am Schießen? Die sind alle im PD. Ich sehe das ja auf dem Navi. Das ist gut. Schieß auf den Heli. Versuch den Helikopter kaputt zu schießen vom PD. Der Helikopter bei dem PD ist kaputt. Top. Die Autos, die Autos, die Autos. Ja. Ja. Okay, wir landen. Wir landen nochmal. Wir müssen gerade mal das Gefährt wechseln, ja? Oha, die schießen. Oha, oha. Da schießt jemand auf uns. Da ist ein Motorrad. Kannst du das wegschießen, bitte? Jawohl. Erwischt. Eine Ewigkeit später. Ich benutze einfach den Jet als Helikopter. Das ist doch voll smart, oder? Oha, wie viele da drin sind, Junge. Oha. So, ich werde jetzt das PD einfach stürmen. Ich habe genug davon. Ey, wir stürmen das PD jetzt. Ich habe genug. Okay. Gib uns Waffen. Gib uns Waffen. Nö, wir gehen jetzt hier einfach rein. Wir sind im Keller. Ah, da, da. Hanno, Hanno, es knallt. Hanno, es knallt. Das sind so viele. Die kommen jetzt hier durchgerannt. Die kommen jetzt hier durch diese Tür. Kommt doch rein. Ja, Digga, mit E-Pil. Nee, komm. Hä, das kannst du gar nicht wissen. Kommt doch rein. Digga, der hat eine größere Chance. Hallo. Wo seid ihr, PD? Hallo. Du findest uns nicht. Aha. Hallo. Hören Sie mal zu. Stopp. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance, sich zu ergeben. Okay, okay, okay. Okay. Sie müssen sich ausziehen. Ja. Abonnieren Sie Cisco. Abonnieren Sie Cisco. Okay. Dich lasse ich leben. Ich glaube, das PD hat jetzt echt genug gelitten. Ich lasse das PD jetzt erstmal in Ruhe und widme mich weiter meiner magischen Verantwortung. Außerhalb von Hogwarts. Hallo. Ich bin doch hier richtig beim Tuner. Ich wollte meinen Besen tunen lassen. Hey. Ihr seid doch Tuner, oder nicht? Vielleicht. Was willst du denn noch machen? Neue Felden, oder was? Sporters. Hallo. Alter. Alles Gerät haben Sie da. Wetten, der ist schneller als dein AMG? Wetten nicht. Wetten doch. Ist der safe nicht. Wetten. Okay, okay. Okay, auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Ne, ich glaube, der war schneller. Er war losgeflogen. Hä, meiner war schneller. Sicher? Oha. Bitte. Oh. Okay. Ach so, ja. Hände hoch. Hände hoch. Komm rüber. Na, bitte nicht erworben. Dich nehme ich mit. Hallo, lass mein Kollege hier. Oh nein. Da hochstellen. Okay, okay. Okay, warte ganz kurz. Nein, nicht da hin. Da fällst du. Da hoch musst du. Warte, ich gehe kurz auf. Hände hoch. Ausziehen. Warst du irgendwie zu lang im Solarium, oder warum ist dein Oberkörper schwarz und deine Beine weiß? Oh man, jetzt bin ich tot. Ja, bitte.